Wir hatten das große Glück mit neun sehr begabten, jungen, tollen internationalen Künstlerinnen an dieser Ausstellung Material Nation Grenzen ins Ungewisse zu arbeiten. Ich glaube ein ganz wichtiges Thema ist gerade in dieser Zeit eben auch das Verschieben der Grenzen im Innen und im Außen. Gerade durch die aktuelle Situation in der Ukraine ist das Thema des Zuhauses, der Zugehörigkeit, der Identifikation mit dem eigenen Land ja auch extrem wichtig. Die Frage geht dahin, was ist quasi der Stoff aus dem Nationen sind und wer verfügt darüber. Ein roter Faden ist, dass die Auseinandersetzung mit Zugehörigkeit, mit Herkunftsregionen, mit so einer Idee von Heimat und wie sich Heimaten eben auch verändert haben, zerstört wurden oder aktuell besetzt und zerstört sind. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!